Yo, servus und hallo zurück zu einer weiteren Runde ARK. Mit dem Ausblick begrüße ich euch in die heutige Folge. Und zwar bei der letzten Folge haben wir ja irgendwie ein bisschen einig gefehlt, mal wieder. Und haben den Dropnet gefunden. Na, du bist nicht dabei. Okay. Es ist jedem bewusst, dass du dabei bist. Nein. Doch. Vielleicht bin ich ja tot. Okay. Jedenfalls haben wir jetzt erst einmal den Dropnet geschafft, den wir finden wollten. Und sind dann auf das Plateau gegangen, weil wir anders gespawnt sind. Und ihr habt jetzt schon mal angefangen, unser Haus zu bauen. Das wird dann so aussehen. Das ist mir, wie ich das erste Mal ARK gespürt habe, ist mir genau das gleiche passiert. Da bin ich ja von der Seite angelaufen gekommen und bin da so drüber gesprungen und genau dann da auf der Kante abgeflogen. War das knapp. Was ist das da unten für ein Bär? Ja, das ist so ein Ding, das hat da unten gerade den Raptor kilt, der da liegt. Und ja, gehen wir einfach gerne mal los und fahren mal ein bisschen Holz und so, damit wir da das Haus fertig bauen können. Ja, und wir wollten unsere Sachen holen, ne? Genau. Das Ziel für die heutige Folge ist, wir werden unsere Sachen wiederholen. Also sprich, unseren Dinosaurier und unser Kiste. Genau. Ja, und dann müssen wir das Plateau irgendwann mal ebnen. Ja, genau. Das müssen wir auch noch machen. Genau, weil die ganzen Steine hier wegmachen, dann haben wir erstmal genug, glaube ich. Auf jeden. Weil wir kriegen ja relativ viel da raus. Genau, du machst die zwei Flüsse. Ihr braucht Leder und Fasern dafür. Ich habe keinen... Moment. Ich habe 39 Leder dabei. Und 60 Fasern. Wie hat das Ding Kassen? Die große Box, der Schrank. Hast du den Schrank? Schrank. Ja, Schrank. Ja, Schrank, tatsächlich Schrank. Echt heißer, dass ihr tatsächlich Schrank? Ja. Wenn wir den Baumann nämlich gleich, weil... ... das, was wir bis jetzt gebaut haben... What the fuck, ich werde angriffen, Doni? Ja, das ist jetzt nicht ideal. Warum greift ihr dich an? Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls, ich bin überladen und stirb das so. Hast du ihn geschlagen? Na? Ich war ihm immer da. Eieiei, es fängt schon wieder an, bis er anfangt. Ne, weil mich greift er nicht an. Ja, aber keine Ahnung, mit der Baumann angriffen. Aber es ist egal. Du musst ihn außer Seen geschlagen haben. Nein, ich habe nichts. Ich war ihm immer da. Ich habe gerade in Gramm Punkte vergeben. Wow! 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 Okay! Okay! Du darfst ihn nicht angucken, das ist der Enderman des Args. Ja, Gott. Das ist jetzt einiges. Oida, Schwede! Ja, das Ding schlagt recht gut zu. Oh, ein Dodo! Darf ich ihn töten? Ja. Ja, des Weiteren werden wir halt anfangen, uns das eben das Floß zu bauen und eventuell auch schon ein kleines Hausboot, damit wir mal mobil sind. Das finde ich nämlich auch recht wichtig. Ja. Jetzt einfach mal mit Mobilität, ein Floß zum Dino transportieren, ein Hausboot. Wo bist du gespawnt? Ähm, auf der richtigen Seite von da. Vom Ding. Ding. Von dem Ding. Okay. Achso, ich sehe dich da unten. Ich sehe dich. Ah, ihr werdet schon wieder von deiner Ameise angriffen. Alter, fall jetzt hier bloß nicht runter, Mann. Aber dieses Plateau ist echt geil, wo man sich hier echt was Schönes aufbauen kann. Ihr werdet schon wieder angriffen. Ja, ich sehe es. Ja, die kann irgendwie nicht flüchten. Du wurdest vergiftet. Ja, sie gehen auf die. Wow. Nein, ich höre sie machen. Ja, was, wenn ihr bis zu meiner Waffen kommt? Geh die noch auf mich? Oh Gott, ich habe noch nie so eine komische Arc-Runde gehabt, wie wir jetzt da haben. Ja, die verliegen immer noch auf mich zu. Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Keine Ahnung, ja, hier vorne, hier vorne kommt die. Ah, da vorne liege, ja. Genau, sammelt deinen ganzen Scheiß, denn die kommen immer noch auf mich zu. Äh, wie war das mit alles nehmen? Keine Ahnung, mir ist auf jeden Fall kalt. Hab's kommen. Ich werde angriffen. Ich bin hier überladen. Töt die Hunde. So lange mehr. Äh. Hast du wirklich sein gekillt? Nup. Ja, doch. Nein, 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 und ich werde auch sterben. Oder? Glauben ja, weil ich höre hinter mir wieder. Nein, das gibt es nicht als SMS-Ton, keine Sorge. Dann wird es ausgelutscht. Ich muss echt sagen, ich bin ja nie so oft in Arc gestorben. Ja, ist schon hässlich irgendwie, ne? Ja, also in ganzem... Oh, ich darf ihn nicht angucken. Ich darf ihn nicht angucken. In ganzem Spiegel nämlich. Also, dass man mal von einem Raptor-Kind wird, ja okay, das ist normal, aber... Ja, das war beim Drop so. Ja, genau. Oh Gott, ich höre wieder. Ich höre es wieder. Wir können nicht die ganze Zeit flüchten, nur wir müssen jetzt auch was Produktives tun in der Folge. Ja, so ist es. Weil, das ist sonst relativ unspektakulär. Ja. Wo sind denn die Säcke? Sind die immer noch hinter mir? Lassen die von einem auch irgendwann wieder ab? Gar, bin halt nah. Alter. Alter, ich glaube, ich habe mich noch nie so hart erschrocken, weil ich hasse ja Insekten. Ja, ja, hast du schon gesagt? Boah, das ist die größte Scheiße. Und der ist auf einmal mitten in meinem Gesicht. Oida. So, wo bin ich jetzt gestorben? Ja, keine Ahnung, irgendwo im Feld. Ja, du musst die Viecher mal töten. Direkt daneben. Na, es greift mich wieder an. Die laufen noch mir hinterher. Oder? Hallo, Dodo. Ich glaube, als sie einmal Random Arc gespielt haben, bei dem Dodo, kam dann nicht irgendein fettes Vieh an und hat uns beide gekillt? Erinnerst du mich? Ja, das war Terezinosaurus. Ähm, und zwar würde ich gern den Schrank craften. Wo ist der Schrank? Alter, mach diese Viecher weg. Ja, ihr habt noch immer Ich bin ja immer voll Schrank. Ja, dann legt was ab. Ja, immer zwei Schränke baub. Du läufst immer noch wie so ein Opa. Ja, weil ich kriege craft. Und wir sehen nichts mehr. Ich habe geschissen. Ja, ich auch. Oder ich verhungere. Hast du ein Lagerfeuer, was du craften kannst? Jetzt hat Lagerfeuer nicht gelernt. Achso, ja, fuck. Ja, dann guck mal hinter mir, ob die Viecher kommen. Dann hat er es nichts. Ist nichts. Achso, ja, ich kann Beeren essen. So, also da kommt dann mal der erste Schrank. Kommt daher. Ich esse mal ein paar Beeren. Oh ja, geiler Schranke. Schöne Innenarchitektur. Und das hat der Schrank. Oh nein, der Fette kommt. Herstellung. Kann ich mir jetzt nicht sogar hier Nahkampf, kann mir keinen Speer machen. Hast du schon was in die Schränke gelegt? Ich habe einfach alles eine, was du finden kannst. Ja, ich bin dabei. Ich habe so viele Skins und alles, die finden. Weil ich habe gerade noch rohes Fleisch, dabei ist ja blöd, wenn es verkommt. Ja, das stimmt. Ich habe kein Holz. Ja, Holz ist in den Ding drin. 61 verdorbenes Fleisch. Holz ist drin. Ah, ich habe es gesehen, ja. Habe ich genommen. Ja, Herstellung. Ich sage immer, dass es dann auf Tab ist. Hier, warte, ich muss noch ein paar Fasern haben. Ich habe so viele Skins im Elementar. Ja, wir müssen jetzt gleich mal langsam losgehen. Das stimmt. Weil sonst haben wir die ganze Folge wieder nichts getan. Wie immer. Und deswegen... Ja, wohin gehen wir jetzt am besten? Ja, zurück. Also ich brauche Nacht. Ihr braucht Leder, das heißt, die müssen irgendwas killen. Ich habe Leder, habe ich dir jetzt schon dreimal gesagt. Das Leder liegt hier drin, 52. Das ist nicht genug. Leder und Fasern und Holz. Genau, das ist glaube ich das, was ich dafür brauche. Fürs Floß. Meister haben einen, cool. Holz, Fluss. Faser, Holz und Leder. Okay, ich brauche noch Holz und Leder. Ja, Holz müsste da drin sein. Holz habe ich... Es ist zu wenig. What? Ja. Was brauchst du denn, ey? 250. Scheiße. So, einen Baum noch. Ich glaube, es ist sicher mal zu dem Kack, wie ich da bin. Du darfst es nur nicht angucken. Ah, eben noch was baut, genau. Kartoffelsaat. Oh fuck, ich brauche ganz schnell... Du hast das ganze Holz genommen. Jetzt kann ich keinem Lagerfeuer bauen. Ach so, ja, mache ich das. Ja, leg es einfach in den Schrank, in den Vollen. Sehr gut. Ähm, was brauchte ich noch? Was brauche ich noch für ein Lagerfeuer? Steine. Was war das? Ja, Steine habe ich im Inventar. Ähm, Stroh und Feuerstein. Feuerstein hier und Stroh. Schnell, denn sonst geht das Dings kaputt. Das Fleisch. Das Fleisch ist wieder so drüber, aber ich spring. Alter, wie sehe ich aus, ey? Das ist ja hässlich, ey. Ja, ja, die Nächte in Ark sind echt... Kacke. ...kenswertig. Oh, mach mal, mach mal am besten. Warum kann ich mich nicht bewegen? Äh, ich bin das jetzt einmal auf der Jagd. Ach, mein Inventar ist zu schwer. Äh, mach mal weg, mach mal weg. Ja, wir müssen, wie gesagt, gleich los. Okay, ich kämpfe gerade gegen, äh, Ameisse. Wie kann ich denn das Lagerfeuer anmachen? Das ist ein 3-Ameissen. Wie kann ich das Lagerfeuer anmachen? Und mit E. Und was draufklicken? Nee, geht nicht. Ich kann nur mein Inventar dann öffnen. Vor dem Feuerstein bestimmten Inventar. Ja, net, net, eh, drauf, ähm. Net, eh, halten. Ja, so blöd bin ich auch nicht. Ja, doch. Knauze. Keines reparieren, natürlich nicht. Du musst doch einmal und eröffnet das Inventar. Nee, du musst Holz und Fleisch einitun. In Simitar. Ich glaub, dass mir jemand das sagt, äh. Nee, wie kann man so beschränkt sein? Das muss ja wohl klar sein. Die Fress. Ähm, irgendwas brauche ich. Genau. Und zwar, Ein Hobby wie ich Holz und Feuerstein. Ein Hobby. Kannst du mir das Holz geben, was du kapastst? Ja, es liegt im Ofen. Das Ganze? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie man es teilen kann. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht. Hast du die Zeit im Blick? Ja. Ja. Gut, nicht so wie ich. Aber echt wie ein Rechtsklick für weitere. Ich meine, ich brauche jetzt gerade noch mehr, aber. Ähm, kleines Beet, Stimulanzen, Zement. Fünf Strom. WTF? Ist ja, wann brauche ich Stroh für das? Hast du jetzt mal das scheiß Boot gecraftet? Nein. Vergiss das einfach. Craft jetzt das scheiß Boot, Mann. Ja, gib mir Leder. Ja, ne. Müsst du das echt jetzt schon wieder verschieben, oder was? Ja, na, wir brauchen nur Leder. Ich wollte gerade am Weg, aber bin dann zurückgekommen. Wenn mehr Axt hinwann ist. Ähm, 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 ähm. Ich denke, sollen wir das so machen, dass du auf die Bau-Dinger, Bau-Engramme gehst? Ja, kann man machen. Das heißt, auf Strukturen-Engramme? Weil du darin eh besser bist als ich. Ja, kann man machen. Perfekt. Dafür musst du Waffen und Rüstern nehmen. Ja, genau. Ich muss mir aber gerade mal ein bisschen, ähm... So, wieder 34 Leder dazu kriegt. Stroh. Hast du das Stroh? Der hat schon wieder Angriffen von der Kackviecher. Die sind so nervig, die Ameisen. Das stimmt. Ja. Warum ist unser Feuer schon wieder aus? Weil die ist Holzassig, wenn man hat. Oh, wir haben Holzkohle. Ja, nur die ist leider so gut wie für Nix am Anfang. Das ist ganz nervig. Und wenn wir ein Glück haben, wird es sicher wieder zu wenig Leder. Wie immer. Genau. Aber jetzt erklären wir mal, was sind diese fetten Metallstrukturen da am Himmel? Das sind, ähm, die Altare, an denen du die Endgegner, ähm, sammeln kannst, also beschweren kannst. Ah, okay, 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 makes sense, makes sense. Kaputt. Wie immer. Wie immer verdruck. Ähm, ähm, Fleisch haben wir danach genug. Level 17. Level 17. Hier ist es schon, bist du schon viel weit? Ja, ja. Äh, 15, 18, Leder. Warte mal, Holzfluss. Holzfluss nehme ich jetzt nicht, weil das wäre schon. Ich brauche nur 250 Holz und die haben wir da drinnen. Ja, Triceratopsattel. Kannst du schon machen? Ja. Nice. Ich mach den mal. Die letzten 37 im Programmpunkte hebe ich mir noch auf. Ich muss meine Pecax reparieren. Und ausdauern. Ja, ihr Sonntag, du. Ja, wir sind beide etwas angeschlagen. Etwas überstörungszeichen. Also, ich bin komplett am Arsch. Ich bin halb am Arsch. Morgen bin ich komplett am Arsch. Durch das eine Boot habe ich jetzt drei Level Ups gekriegt. Hast du Holz? Ähm, ja. Ich lege jetzt sowieso da, eher 380 halt nur. Ja, egal. Ich muss nur kurz meine Pecax reparieren. Ähm. Nimm dann, wenn du nach unten gehst, gell? Ähm, Holzfundamente. Und zwar. Ich bin so blind, äh, da, nein, das ist Zaunfundament. Doch, Bauplanfundament. 15 Fasern, 80 Holz und 20 Schroh. Also, nehm bitte Fasern und Stroh alles mit, was wir haben, okay? Ja, sofort. Ich bin jetzt nochmal am Weg Richtung Wasser. Wer hat dann auch ein bisschen Holz abbauen, damit man die, ähm, die Fundamente dann aufs Floß stellen kann. Und damit haben wir dann ein kleines Hausboot. Und das ist schon nochmal ganz nice. Äh, Fasern und Stroh, ne? Habe ich alles dabei. Gut. So, dann zieh ich schnell noch meine Pecax da wieder unten rein. Gut, wo bist denn du? Unten. Unten, okay. Dann komme ich auch mal in Richtung unten. Ja, du musst jetzt zu mir kommen, weil ich bin überladen und die kann man nicht mehr bewegen. Das freut mich. Ich gehe übrigens auf, äh, Traglast. Ja, 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 ich habe ja schon 150. Ich bin ja schon Level 25. Hi, du Arsch. Ähm, Holz. Jetzt schon wieder neue Level. Oh, Jesus. Fundament aus Holz. Fundament aus Holz. Ähm, und zwar kannst du mir die ganzen Sachen jetzt, also die Faser anzugeben. Warte, ich kann, wie macht man das fallen lassen, ne? Ja, genau. Fallen lassen, Fasern, Holz, ne? Ja, aber das ist zu weit noch vorgefallen. Aber ich kann es halt nicht aufnehmen. Doch, 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 geht. Ja, ich habe dir alles drei gegeben. Ich habe übrigens einen Bogen mit Steinpfeilen. Mhm. Fundament aus Holz. Ich habe keine Fasern. Ich habe dir die Fasern rausgeschlossen. Ja, wie kannst du dann aufheben, weil es zu weit weg sind. Oh Gott, der bewegt dich doch. Ich kann mich nicht bewegen, wenn ihr überladen. Willst du mir überhaupt irgendwann einmal zu? Äh, dieses Spiel ist so behindert. Äh, das tut mir, dass der Doni mag mal so beschränkt. Dieses Spiel ist einfach nur behindert. Man kann sich überhaupt nicht mehr bewegen, wenn man überladen ist. Ja, das ist anormal. Das ist nicht normal. In welcher Welt geht das? Achso, übrigens, wenn du Beeren isst, dann kriegst du Flüssigkeit mit. So brauche ich nicht, bin ich voll. So geht es eigentlich relativ gut, gerade. Ja, dann lass mal Let's go machen, ne? Ja, ich würde meine ganzen Beeren damit wieder leicht bin. Ah, da tut mir das auch so Zebra fähig. Ja, genau. Ja, der Enderman der Arc-Szene. Ja, so ist es. Aber ich war mir, wie lange ist das? Wie lange ist das? Kommt mir schon so lange vor? Nein, so lange ist das 18 Minuten. Echt? Das kommt mir so lange vor, ich weiß nicht. Irgendwie vergeht die Zeit dort so lange so dauernd ist ein Triceratops, das ist aber nicht unsere. Ne, unsere ist ein Macht-Darn-Insel. Ja, das stimmt. Da vorne, wo der Fette rumläuft, ne? Ja. Mir ist kalt. Was schwimmt denn hier rum? Was ist das? So, unser Fluss. Oh, wie Raptor. Und der Weltkrieg von der Mente jetzt. Darf ich die in den Kopf schließen? Guck mal, da vorne den Drop können wir uns holen. Rechts von dir. Ja, fahr mit dem Boot hin. Das ist dann das letzte, was wir da machen. Genau. Nein, bleib doch stehen, du voll. Du bist echt ein Honk. Du kannst einfach aufgelaufen. Ja, das ist ein bisschen buggy gerade. Du bist der erste, der nicht einfach aufgelaufen kann. Du brauchst nur das seitlich zu beginnen. Okay, das ist echt ein bisschen buggy. Soll ich mit Anlauf drauf springen. Ich laufe gerade da hin. Wow. Du wirst wahrscheinlich jener drauf machen können. Ja, ziemlich sicher. Er ist gar nicht zu high level. Wir versuchen das jetzt. Ja, ja. So lange hier kein Scheißvieh irgendwo ist. Du musst doch eigentlich. Schneller zu fusselst du mit dem F*** los. Ja, das F*** ist in der Schnau. Loll, ich sehe das jetzt mal einen Drop von Nahim. Aber es ist besser, als du schwimmst. Ist das ein Raptor? Ich glaube, das ist ein Raptor. Ne. Oder? Das kleine Vieh, was darum läuft. Das ist ein Jumpy ist und der Dealer. Aber ich kann es gar nicht machen. Und das ist drin an. Ein FIOMIA-Sattel. Fägt dich, du Jumpy, Mann. So, ich kriege ich. Ich erkille mal noch. Warum kriege ich eigentlich nichts von dem Jumpy? Wenn ich den abbaue. Keine Ahnung. Normalerweise kriegst du kein Prime-Need. Ah, ich krieg schon was. Ja, hier. Versucht ihn mal abzubauen, hier. Leder, 14 Leder und 12 Fleisch. Ja, das ist okay. Okay, und dann hätte ich gesagt, auf dem Floß beenden wir die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl es wieder ein bisschen gefällt war. Aber wie schon gesagt, der Anfang wird ein bisschen zart werden. Wir bemühen uns und werden jetzt mal den Zug auf mehr Rüstung bauen, damit wir da ein bisschen mehr aushalten und als auch schnell sterben. Und als auch dumm sterben vor allem. Wir müssen Leder fahren, denn ich habe die Lederrüstung schon geskillt. Ja, das heißt, nächste Folge Lederrüstung. Wobei, nächste Folge beim Toni holen wir mal unsere Sachen. Deine Kacke schwebt. Wow. In der nächsten Folge holen wir mal die ganzen Sachen da drüben. Ich frage also vom Toni die Dino und die Kiste in Tonis Folge. So, jetzt ist es richtig. Genau. Dann hätte ich gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr einen Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr es nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich sehr gerne freuen. Und in dem Sinne, ciao. 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 Ciao.